Hi meine Lieben, ich habe einen Sustrene Gräne, ja nochmal, aber nur weil der in der Schönhauser Allee, in den Schönhauser Allee Akkaden bei uns neu eröffnet hat. Da haben wir doch tatsächlich mittlerweile vier Sustrene Gräne in Berlin. Ich zeige euch, was ich gekauft habe. Und zwar total interessant, hier einfach so ein Metallring, woraus man natürlich super Traubfänger selber machen kann. Der hat gekostet 1,38, fand ich auch überhaupt nicht teuer. 30 cm Durchmesser ist der. Und dann gab es noch einen kleineren, ich nehme es jetzt aus der Tüte, deswegen ruschelt es hier manchmal ein bisschen, 1,24 und der hat einen Durchmesser von 20 cm. Also hier richtig stabile, stabiler mit rein. Ja. Dann dieser Block durfte nochmal mit, weil ich ihn einfach traumhaft schön finde. Designpapier, 29 x 29, 120 Gramm. 3,23 Euro und da sind drinne 20 Bögen. Dieser. Und dann, ich liebe ja Alben zu basteln, das habt ihr sicherlich wahrscheinlich schon mitbekommen, gab es hier für 4,08 Euro, und das können wir mal zusammen aufmachen. So Babykarten und auch relativ, oh, Entschuldigung, relativ stabil, also wirklich so die Karten. Wartet hier. Hier, richtig dick. Und dann hier so Hello World. eine Woche alt, eine Woche alt, zwei Wochen alt, drei Wochen alt, ein Monat alt, zwei Monate alt und auch so drei, vier in schönen Farben, wo eben, ne, für Junge und Mädchen, da finde ich jetzt nicht schlimm, dass da halt blau und rosa mit bei ist. 6 Monate, 7 Monate, 8 Monate, 9 Monate, 10, 11, ein Jahr. Oh, mein erster Geburtstag. Dann haben wir hier mein erster Zahn. I slip all night. Ich schlafe jede Nacht durch, oder was? Mein erstes Wort. Oh, mein erster Schritt. Und dann hier immer so mit Datum, total cool. Mein erstes Lächeln. Ich kann krabbeln, oder? Denke ich mal. Ich kann stehen. Ich kann selbstständig sitzen. Mein erstes Bad. Das erste Mal schwimmen. Ach Gott. Ich habe mich, also wenn das Kind sich umdreht, ich habe mich selbst gerollt, oder was? Und was? I had my first solid food today. Aber wahrscheinlich richtiges Essen, wa? Nicht die Brust? Ja, finde ich auf jeden Fall. Und da kann man halt auf jeder Karte hinten noch Text draufschreiben. Das ist doch mega. Also total cool. Da werde ich irgendwie so ein Album auf jeden Fall mit Briefumschlägen machen, dass man die Karte jeweils rausziehen kann. Total genial. Ja, das habe ich auf jeden Fall im Deck. Und dann dieses hier. Äh, diesen Block. 15x15. Auch Designpapier. 20 Bögen. Die kosten 1,54 Euro. Da sind diese hier, wie gesagt, alle drin. Dann gab es hier wieder so Umschläge. Und zwar, die man so, so dann öffnet. Dann ist es so ein großer Kreis, denke ich mal. Können wir auch mal aufmachen. Und da waren noch Sticker mit drin. Haben gekostet 2,14 Euro. Sind, sind 6 Stück. Und die sehen folgendermaßen auf. Genau. Und die kann man dann so aufmachen. Und dann, äh, auch so wieder zumachen. Und dann könnte hier der Sticker auf. Das. Dann, die kann man natürlich super simpel selber machen. Dann habe ich auch schon mal ein Tutorial auf meinem Kanal gezeigt. Äh, 6 Stück solche Rosetten. Die fand ich aber ganz hübsch. Die haben gekostet 1,26 Euro. Und sind auch so aus richtig dicken Papier. So silber, rosa. Und hier, das ist so ein bisschen, ja, ich würde sagen, es ist Wellung. Wellungpapier. Äh, dann hier auch nochmal solche Umschläge. Die mag ich total gerne, wenn das Innenleben hier so schön gemacht ist. In Kraftfarm für 1,66 Euro. Da sind 8 Stück drin. Und dann habe ich nochmal Sticker entdeckt. Und ich liebe die Sticker von Sustrene Gräne. Einmal diese hier. Und diese hat gekostet 97 Cent. Dann schaut mal. Diese in schwarz. Und deswegen, ihr könnt es nur, jetzt kann man es leicht sehen, dieselben in weiß. Die sind so clear im Hintergrund. 97 Cent. Hier seht ihr das. Und richtig schön. Zum Thema Bullet Journaling. Traumhaft. Diese hier. Und die sehen so auf der Rückseite aus. Auch 97 Cent. Und diese hier. Das sind dieselben wie die hier. Aber die fand ich sehr schön. Deswegen durften die zweimal mit. 97 Cent, wie gesagt. Und hier nochmal Umschläge. Einmal diese Variante. Auch hier mit so einem richtig schönen Muster innen drin. Oh, ich finde das so traumhaft. Und das hier so metallisch. Da sind auch 8 Stück drin. Das. Und haben wir noch was? Ja, eine Sache haben wir noch. Und zwar hier solche kleinen Klammern. Und die finde ich auch total schön. Entweder, wenn man jetzt so ein Scrapbook-Blatt designt mit so Foto, dann kann man das daran befestigen. Einen Nagel in die Wand und anhängen zum Beispiel. Oder halt um irgendwie an einem Album es selbst zu verschließen. Oder was zu befestigen. Oder, oder, oder. Ich mag die Klammern sehr gerne. Die gab es auch in drei verschiedenen Größen. Ich habe jetzt die kleinste genommen. Haben 69 Cent gekostet. Die gab es halt nochmal, ich würde sagen, ein Drittel größer und doppelt so groß. Ungefähr so. Sechs Stück sind da drin. Und das war es von Sustrenegräne. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.